Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer noch mit dabei der Street Digger 2. Einen wunderschönen Grund, Hallo! So, wir haben uns jetzt mal offscreen ein bisschen informiert. Und ein paar Sachen sind uns eigentlich, also eher gesagt, herausgefunden. Wir haben hier Masemap-Fokus. Dann müssen wir uns das mal anschauen. Daraus können wir eine Blank-Masemap machen. Brauchen wir. Da drüben haben wir gesucht. Ist nichts mehr. Da drüben ist noch ein ganzer Teil unerkundet. War es echt? Ja. Doch. Wenn du mal mitkommst. Ja, okay. Und zwar war das hier gerade eben, wo uns dann aufgefallen ist, dass du hier Schaden kriegst. Da war man nur da drüben. Hier war man noch nicht. Ach so, okay. Wow. Würde ich sagen, Gogo Gadget. Hä? Kennst du nicht? Doch. Was bist denn du? Jetzt im Ernst? Die daneben trägt aber. Hier. Da. Ich bin hier lang gegangen. Ah. Uiuiui. Hier ist er echt noch dunkel. Ja. Oh. Uiuiui. Ja. Wollen kuscheln. Halt mich gerade erschrocken als der Tintenfisch aufgetaucht ist. Ja. Au. Ey. Weg. Weg. Danke. Ich hab doch Angst im Dunkeln. Mach mal hell. Mach ich doch schon. Ja. 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 Oh, hallo. Schau mal. Der will kuscheln. Nee. Ist nicht anhänglich. Wettkuscheln. Ja. 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 Boah. Wir steigern jetzt aber auch viele Hüte freigeschaltet. Ohne Kiste. Ohne Kiste. Ja. Die von eben. Die mit dem TNT wo es sichtbar war. Achso. Okay. Ich riss mich mal mit neuen Fackeln aus. Ja. Okay. Hier gehts nicht weiter. Ah. Diese Fackeln sind nicht. Gut, dass sie hier so ein Haufen sind. Ja. Ist nicht verkehrt, wenn du keine Kohle mehr hast oder so. Ja. Du bist bei 49. Fackeln wieder rein. Eben bei 22. Na ja. So top. Hier ist es. Ja. Und die. Hier schon wieder die komischen Viecher. Ja. Die tauren. Ja. Bäh. Ist aber hier. Wow. Wow. Ja. Wo? Ja. Ja. Hier ist nur Wasser. Okay. Ja. Nur Wasser. Genau. Mhm. Ich bin direkt umgekehrt. Ich habe mich gerade selbst gefragt, was an die Luft gegangen ist. Achso. Okay. Äh. Hab ich keine Fackeln mehr? Ja. Ja. Ich habe keine Fackeln mehr. Ja. Nächster Fackelnraum. Was tun wir leer? Ja. Ah. Oh. Cool. Ja. Ne. Ich glaube da kriegst du nichts raus. Ne. Okay. Da drüben war nichts mehr. Ne. Da ist Wasser. Ne. Da ist Wasser. weit gelaufen. Ne. Mein lieber Mann. Oi. Da ist noch ein Dunkel. Oh. Hier ist doch recht Dunkel. Wow. Weg ist er. Jo. Hier liegen Strings? Ach du Scheiße. Oh. Heißer. Meins? Alter. Ist hier ein Freepass-Prawner? Boah, das ist ja noch gar nicht richtig. nicht die gibt es ja wirklich da ist noch eine Kiste ich wollte dich abbauen, bleib da mal stehen ja ja klar hier ist Kohle der Kohle habe ich auch noch ja Kravil habe ich ja toll sind wir wieder hier rausgekommen super hier ist auch noch dunkel sehr gut ich weiß auch wo wir sind andere Seite vom Gitter da warst du einmal in hell und dann kommt da sowas angerannt jetzt weiß ich nicht, wie fände ich das noch lohnt hier auszuleuchten und schon ein bisschen wegen den Mobs allein schon ja schon dauert weißt du was mir auffällt ah cool ne was denn wie viel Kohle hast du dabei äh ich habe 21 ja wo bist du jetzt denn hat er komm her ja was denn siehst du hier diese Roots siehst du hier diese Roots weißt du was passiert wenn du die abbaust ah du kriegst Holz ne ne kriegst Sticks ey cool ah das war im Fackelraum ah ah ja Fackeln 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 also müssen wir bloß noch treffen nein kein Leck also ich habe noch 3 Kohle also ich habe noch 3 Kohle ich habe dich in meinem Vater eingeworfen hm naja warum bin ich nicht so voll das ist doch gar nicht Treffodum ja irgendwie wenn du willst kannst du mir noch ein paar Sachen zuwerfen äh äh ja Augenblick können wir auch noch gerade ein paar Pange so was kann ich denn dir noch zuwerfen äh hier blaze rods zum Beispiel oh eisen habe ich Papier brauchst du Papier ja so das äh das äh ja so jetzt bräuchte ich mir nur noch ein Sammelschnell äh hier so einen neuen Charme of Keeping das ist nicht schlecht was denn das äh äh das war nichts Gernpowder das kann ich dir noch geben das äh das da Flower Pot woher ich den auch immer habe oh die also könnte man nochmal Fackeln also ich habe jetzt einen Stack und 4 du Stack und 2 ja perfekt so wo war das jetzt nochmal das war hier ah ja ich habe gehört da Flatter mal runter äh Flatter du mal vor ich habe nur 3 Leben wenn ich Flatter habe gut Geronimo Juhu das war ein Standbild ne ich würde sagen es war ein Creeper äh na soo wow wow Guck mal Spinne hm hm ich habe hier was gefunden und Schleim ja ja und Pilze ach Pilze ja in der man ich bin ihm erschreckt da ist noch eine Spinne ja weg da ist auch nichts mehr uah jawoll rennt doch gerade an mir vorbei der der Minotaurus also ich dachte mal das ist ein Creeper der gerade neben mir explodiert ist ne oi ich kann mich mal wieder groß machen ach ist er süß gerne mit einem Pilz in der Hand hehehe ähm ja ja jetzt geht es weiter mit dem Ausfleischten warte mal wo steckst du denn schon wieder ach ich gucke ich gerade mit dem Schleim ah ok ich habe ihn mit seinem Namepack gesehen da ist er doch ja 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 hallo Schleims hallo Schleims effelstauben oh uah 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 na weg mit euch wollen die Klinge wollen wir nicht ne ok den nicht uah ich glaube wir hungern werden wir hier nicht ne oh oh uah ach weidiger so na da kommt noch ein großer bäh ja genau schießt du alles aus hier blödes Vieh ja die sind echt nervig warte äh was kann hier los frohste Party habe ich gehört ich wollte der Zwergen auch schon hier mhm wollen alle kuscheln wollen alle aus der Kammer ja auch noch uah 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 ha uah 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 hu uah uah hier ist wieder ein roßersbein. und hier ist ein spawner. also hier sind wir das auch ein spawner. oh je. alter bekommen die ganze zeit die mails slimes. guck mal so vor, als wenn die hinter mir spawnen. oh cool. ich hab lederbos heute bekommen. was für ding? rule of a bad. aha. ja das brauchst du für witchery. ah ok. ach du scheiße. nein nein nein. oh gott sei dank. mein gott. du hast ja hier die party. das waren zwei große. ja mino. oh zwei stück sogar. ja der hat mich gleich noch umgedockt. los. weg mit dir du spawner. noch ein schleim da. weg mit euch. direkt der heilung. weg. oh cool. ey wo kommen die slimes da? jetzt mal mehr ins. noch ein mazelman fokus. uäh uäh uäh. noch ein schleim. weg. hau ab. weg. da kommt aber noch ein minus haus hier zum spülen. wird der jemand aggressiv? wird der jemand aggressiv? absolut nicht. ja ich glaub die spawner müssen wir echt weg machen. piste. oh. eisen. waffeln. waffer eigentlich. ja wafer. ja wafer. ne ich bin kein wafer. ich bin meddler. oh. oh fackeln. die fackeln hätten wir schon vorher mitnehmen müssen. oh. ironwood. cool. und tnt. ja immer gut. oh. ich hab was gesehen. steel. ah was schmeiß ich doch hier weg. das da. eine steely plate. cool. ja davon habe ich schon eine an. ja ich jetzt auch. ich hab sogar leggings gefunden. charm of keeping. auch wieder. gunpowder. ja tnt und so. los. alter. ja du meinst du die steel leaf leggings? ja die hab ich jetzt auch. ja davon habe ich drei in deinem inventar. und du gibst nix ab. das ist alter. so was. ja. ist schlechter. ist schlechter als diamant. echt? ja. vielleicht nicht. hat auch nix ab. hm 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 Ich finde die Feuerkäfer sind am schlimmsten. Hier haben wir auch noch Pilser. Da ist aber nichts mehr. Pils haben wir echt genug. Das war schon vorher genug. Zwei Fackeln. Dark Iron? Brauchst du Dark Iron? Dark Iron? Nicht wirklich. Uuuuh, Feuerkäfer. Weg, weg, weg. Nein, ich möchte nicht brennen. Ich brenne. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, super. Ich wollte gerade versuchen, dich mit Milch zu löschen. Achso. Geht nicht, oder? Nee, du hast schon aufgehört, als ich draußen hatte. So, okay. Alter, was geht bei dir da ab? Wow. Oh, ein großer. Ey, die Hüte sind immer genial. Ja, ja. Alter, ich habe schon wieder 27 Level. Immer 33. Kann man richtig schön später in Mana investieren. Oh. Alter. Ja. Kennst du nicht? Das ist schon ein Facehugger. Cool. Oh, das war nicht so gut. Ja, habe ich mir wieder aufgestellt. Also, der Film kannst du hier echt gut. Ja. Wenn du nicht stirbst. Wenn du nicht stirbst, ja. Alter. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was? Verdammt. Ja. Gut. Ich habe mal einen Durchgang gemacht. Ich habe es gehört. Hast du ernsthaft hier den Bedrock kaputt gemacht? Nee. Golden Apple. Dark Iron. Charm of Keeping. Kaktus. Oh, Sticks. Sticks ist nicht verkehrt. Ja. Oh, das ist ein bisschen Kohle. Oh Gott, was kann ich denn rausschmeißen gerade? Korbel. Du äh. Du äh. Kommst du so ums Enggeschissen, ne? Steht ein Slime da. Okay. Standard. Ey, was ist hier an Schleimsgebäß? Sagt der Hammer. Hm, hier schon in die nächste. Die nächsten beiden. Ja. Jawoll. Jetzt sollen wir jetzt einen Slime spawnen, oder brauchst wir hier hingehen? Ah. Ich glaube, danach wirst du keine Probleme machen mit Slimes. Oh ja. Eieieieiei. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Sogar die Kleinen machen Schaden, oder was? Ich glaube schon. Ach, ich bin hier unter meinem Todespunkt. Das war hier am Leuchten. damn. Äh. Ja. Sehe da einn Paar. Okay, beispielsweise fertig. Ja. Oh, ich habe hier auch noch einen. Gefangen. Schön. Jawoll. Und ein Slime-Käfer hinten dran. Oh, noch ein Flammenkäfer, super. Komm her. Alter. Ach, weilige. Ach je. Oh Gott. Oh, oh, Vorsicht. Oh ja, ich sehe es. Alter. Na, gehst du? Ja, hau doch ab. Da ist der Nächste. Alter. Boah, ich verfänge mir immer so einen Trank rein. Ich versuche hier mal aufzuräumen. Ja, mach ruhig. Ey, ich kann keine Slime-Balls mehr aufsammeln. Super. Minus Schwung. Das ist hier. Okay. Ich glaube, ich habe hier einen Boss gefunden. Echt? Alter. Da. Noch ein Gold, ein Apple. Cool. Kohle. Nicht schlecht. So. Vielleicht noch ein paar Faggeln machen. Sack. So. Woher ist er? Da ist er denn 11. Das war's, ne? Kannst du wohl übernehmen? Hallo? Komm doch mal her. Du, aua. Ey, Steve. Sie haben mir gesagt, es kann alles werden. So bekam ich ein Wisser. Da. Uäh. Ja, hallo. Warte, ist denn da? Alter. Wollen wir einfach aufmachen und rein? Ja, das kann ich eigentlich. Hast du eine Axt? Äh. Äh. Hey, warum auch? Mighty Strogonoff. Cool. Oh, ich habe einen. Aha. Warte mal, die kann ich noch mitnehmen. Die. Was lasse ich denn da? Ah, das kann ich da lassen. Das kann ich da lassen. Nehme ich das mit und das. Doch. Das ist alles. Oh, noch eine Kiste. Juhu. Nein. Ah. Warte mal. Ja, da warst du schon. Okay. Hier mit dem Mighty Strogonoff kann man ins nächste Gebiet. Wir sind ja hier offiziell fertig. Cool. Ja. Jetzt müssen wir wohin? Ja, erstmal raus. Ja. Oh. Defeats in Mighty Hydra. Okay. So. Komm, die Flasche braucht man nicht. Warte mal. Da. Sieht schon krass aus. Oh, was ist das denn? Äh, ja. Ja. Äh. Ja. Ah, cool. Mighty Strogonoff. Das Blöde ist, das Zeug deckt sich nicht. Kann ich mir auch ein bisschen glatzen in deiner Tasche? Äh, ein paar Sachen kann ich noch reintun. Okay. Dann kannst du nämlich mal Desta nehmen. Desta. 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 Da kommt es auch noch. Sag mal mal, wenn du voll bist. Ja. Passt noch rein. Gut. Äh, das kann rein. Das noch. Aus dem Bucket? Ich hab zwei Müllseimer. Wieder Tower X? Oh. Wollte ich sagen, meine Schuhe sind kaputt. Eieieiei. Das ist jetzt falsch. Oh. Wieder raus, ne? Ja, würde ich sagen. Nächste Frage, wo ist der Ausgang? Ja. Ich würde sagen, wir fliegen auch, ne? Ja, ist besser. Boah, ist ja gut. Ja, du bist echt mobil mit dem Fliegen. Hier waren deine Eskapaden. Ja. Ne, Durchgang, Durchgang. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hier war das Tag Iron War. Ja. Da, warte mal. Was sind Pilze? Das sind auch nochmal Pilze. Ja, hier war der erste durchgang. Also der zweite. Ja, okay. Uah, ich hab gerade das Schleim gesehen. Ja, ich auch. Weg mit dir. Warte mal, da war mal. Auch schon? Ja, Aua. Ja, Spinnchen. Na, weg mit dir. Hallo. Bist du jetzt? Äh, nicht hinter dir, aber jetzt. Hat er. Ja. Ich hoffe mal, du bist. Bist du ja nur mit Fledermausgesehen. Äh. Hier nicht, okay? Ja, ne? Oha, nee, weg. Zumal kann man sich hier nicht verwirren. Nö, gar nicht. Ui. Ui. Ja. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Da hat jemand einen TNT-Fall ausgelöst. Oh ja. Ah, das kam mir bekannt vor. Ja, mir auch. Ihr seid dunkel, ihr seid falsch. Ich bin schon wieder hier. Ja. Oh man, ey. Ah, hier ist es. Was, wo hier? Hier ist Reklau. Nee, hier ist die Tatsache. Ah, okay. Uhuhu. Kommt voran. So, und von hier sollte es eigentlich nicht so das Problem sein. Ich hab die schon wieder verloren. Ah, da bist du. Okay. Das war Spaß, ne? Ja, so ein bisschen. Das muss jetzt einfach nur hier sein. Und dann hier ist der Ausgang. Ey, cool. So. Uhuhu. Maze abgeschlossen. Sehr schön. So, und jetzt? Ähm. Wo sind sie denn schon wieder hin? Ach, da. Bin ein bisschen durchgeflogen. Ah, da oben. Oh, ein Wildschwein. Guck mal da. Was ist da oben? Das ist normalerweise der Eingang zu dem Labyrinth. Okay. Ja, der ist ein bisschen komisch gespawnt. Ja, ein bisschen. So. Als nächstes müssten wir offiziell zum... Zu der Hydra. Zu der Hydra? Mhm. Okay. Ich würde aber sagen... Geil sie den Weg. Ja, ich würde aber erst mal sagen, wir leeren unsere Taschen aus und wir beenden mal die Aufnahme. Wir sind schon bei 27 Minuten. Ach, schon wieder? Mhm. Wie die Zeit rennt, gell? Wahnsinn. Ja, das geht echt schnell. Ja. Ich würde sagen... Ja, kannst du schon mal raussuchen. Äh... Ich würde sagen... Okay. Gut. Ich würde sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung und Kritik. Alles in den Kommentaren. Und schaut nochmal bei dem Street-Digger vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö. Tschö.